Hallo, gerade hatten wir wieder den Weltfrauentag. Wieder einmal feiern wir Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Karriere von Frauen. Aber wie steht es da wirklich? Deshalb haben wir uns das Thema Female-Karriere vorgenommen. Wir gehen der Sache auf den Grund. Mein Name ist Christoph Artanas, ich präsentiere euch HR-Total, powered by stellenanzeigen.de. Ja, Female-Karriere, ist es mal wieder soweit? Müssen wir über das Thema reden? Offensichtlich, denn Gleichberechtigung ist auf dem Papier vorhanden in der Realität, aber gibt es noch ein Stück zu gehen. Wir knöpfen uns das Thema mal vor und wollen es ein bisschen runterbrechen. Wie sieht es in der HR aus und vor allen Dingen, weil HR oft an den Stellschrauben sitzt, an der Gestaltung oder zumindest dort sitzen sollte, wie kann man eben Frauen in ihrer Karriere, vor allen Dingen auch in Richtung Führungsposition, mehr unterstützen? Wie kann man praktische Lösungen herbeiführen? Dafür gucken wir uns verschiedene Sachen an. Ich habe ein paar Zahlen dabei, wie ist eigentlich der Status, gerade in Richtung Führungsposition, wie sind Frauen da vertreten? Wie stark sind sie im HR repräsentiert oder in anderen Segmenten? Und dann haben wir eine Reihe von interessanten Informationen, wie kann das Thema entwickelt werden? Und zwar holen wir uns diese Informationen von einer Expertin, mit der ich sprechen werde, die ein Business-Netzwerk für Frauen gegründet hat und betreibt mit über 1700 Mitgliedern. Das heißt, über 1700 Frauen sind dort organisiert und wenn jemand Ahnung hat, wie es funktioniert, dann ist das diese Person, mit der ich sprechen werde. Ihr Name ist Melanie Schütze und ich freue mich sehr auf dieses Interview. Außerdem haben wir natürlich den üblichen News-Blog dabei mit wirklich spannenden Links und Hinweisen für euch. Was hat es Neues gegeben in der Szene? Ich habe ein bisschen in die Community auch reingehört zu unserem Leitthema. Was gibt es da eigentlich für Stimmen? Auch da wollen wir natürlich ein paar Antworten rückspiegeln. Und wir haben Veranstaltungstipps, die zusammen mit einem Einblick in eine Wissensquelle, in eine Testquelle, wenn man so sagen will, die euch selber ein bisschen die Augen öffnen kann, ein paar tolle Perspektiven aufmacht. Also bleibt bis zum Ende dran und wenn euch diese Show gefällt, dann seid so freundlich. Helft uns, abonniert diesen Kanal, gebt uns ein Like. Und ganz wichtig ist, dieses Thema ist sicherlich ein bisschen kontroverser. Werden Frauen genug gefördert? Ist das vielleicht zu viel des Guten? Keine Ahnung. Habt keine Angst. Konträre Meinungen sind willkommen. Schreibt in die Kommentare rein. Wir freuen uns drüber und sind glücklich über jeden Anstoß für unsere Show und für unsere Inhalte. Also, auf geht's. So, Female Career, unser Thema heute, unser Schwerpunktthema. Wie ist es darum bestellt? Gucken wir uns mal an, was ist unser Anlass gewesen, Weltfrauentag. Wir haben jetzt hier mal wieder eine Initiative zu diesem Weltfrauentag. Ihr seht hier tolle Forderungen, die wir wahrscheinlich alle unterschreiben können. Die Frage ist, warum braucht sowas eigentlich immer noch? Das ist doch ein Punkt, wo man sagen kann, hey, das ist doch ein alter Hut. Nein, offensichtlich nicht. Denn wenn man sich mal anguckt, wie ist, das ist ein bisschen schnell gegangen, wie ist der Status von Frauen in verschiedenen Bereichen? Denn sieht man, dass die Repräsentanz immer noch sehr, sehr ungleich ist. Wir haben in der IT-Branche 16 Prozent, im Personalmanagement dagegen 70 Prozent. Und weibliche Geschäftsführerinnen im Mittelstand sind gerade mal 7 Prozent weibliche Geschäftsführer. Also, dementsprechend ein großes Thema noch für viele Bereiche, wo die Vertretung von Frauen nicht gewährleistet ist. Und warum ist das so? Wir wollen das Ganze nicht so als großes Thema spielen. Wir wollen jetzt nicht politisch werden, sozusagen, sondern wir wollen eben nicht so sehr nach dem Warum fragen und das Ganze vielleicht auch noch ideologisch aufdrösen. Davon sind wir fern. Aber wir müssen natürlich mal gucken, es gibt schon bestimmte Gründe, die immer wieder ankommen. Und wir haben ja auch die Community ein bisschen gefragt. Und deshalb gehen wir mal rein. Was wirklich auffällt, ist, und das bringt so schön auf den Punkt, dass offensichtlich das Thema Karriere oft mit dem Thema Familie und Kinder verknüpft ist. Und zwar für Frauen in einer unguten Form. Das hier ist eine Torte der Wahrheit von der Katja Berlin. Ihr seht hier unten ist auch der Link zu ihrem Twitter-Account. Die macht darunter immer ganz tolle Statistiken, wo sie so Sachen aufgreift. Und sie bringt es hier schön auf den Punkt, wer hat in Deutschland Kinder? Ja, das ist aus Sicht des Statistischen Bundesamts ziemlich gleich verteilt und aus Sicht der Arbeitgeber fast nur Frauen. So, und wozu führt das? Ja, wenn man es ein bisschen zuspitzt, dann führt das genau dazu. So sehen die Chefetagen und die Leitungspositionen in Deutschland aus. Und das ist natürlich nicht das, was es soll. Dementsprechend können wir gucken, wo ist denn der Status in Deutschland? In der Spitze, im Top-Management macht die Albright-Stiftung da regelmäßig Untersuchungen. Das hier ist eine Untersuchung vom letzten Jahr. Da sind mal die Frauenanteile in DAX-Vorständen skizziert unter 30 Prozent. Ist nicht gerade glorreich, aber es gibt natürlich auch noch andere Punkte, die sind noch schlechter. Da kann ich mich mal auf die andere Seite setzen hier. Dann seht ihr das. Das sind die sieben Prozent, die ich eben schon mal angesprochen habe. in der Geschäftsführung im Mittelstand. Also im Top-Management sieht es echt schwierig aus. Aber wir wollen uns ja nicht nur um das Top-Management kümmern. Das ist sicherlich ein besonderer Level, sondern allgemein, wie können Frauen vorankommen in ihrer Karriere, ob es jetzt Fachkarriere ist oder Führungskarriere. Und weil ihr eine tolle Community seid da draußen und viel Kompetenz habt, habe ich mal eine LinkedIn-Abfrage gemacht im Vorfeld dieser Sendung. Gesagt einfach zu sagen, hey, wir wollen uns das Thema vornehmen. Was sagt ihr denn, wo, wie und vielleicht auch warum kann Female Career noch gestärkt werden? Und da haben ein paar Kolleginnen aus der Community super Antworten geschrieben. Und ich habe jetzt ein paar ausgewählt, die möchte ich euch gern zeigen. Das ist jetzt in der Auswahl. Das ist von Ute Näher. Die hat auf LinkedIn auf meine Diskussionsanregung hingeschrieben. HR hat viel mehr Power. Was fehlt für noch mehr Frauen in Führung? Nutze, was wir predigen. Flexible Arbeitszeitmodelle. Tandemlösung. Empowerment. Empowerment von Frauen für Frauen, von Männern für Frauen. Finde ich super, auch da Männer und Frauen beide gleich in die Pflicht zu nehmen, sich sozusagen gegenseitig da auch unterzuhaken und beide an dem Thema zu arbeiten. Das ist kein reines Frauenthema, finde ich auch. Dann HR-Future-Skilling. Geiler Begriff. Dankeschön. Mehr Know-how mit Daten und so weiter. Und mehr Trauen plus natürlich das Thema Auswahlmethodiken. Da haben wir später beim Wissenstipp, wo wir sonst Studien vorstellen, auch nochmal einen schönen Hinweis. Wird euch gefallen. Da kann man nämlich selber nochmal ein bisschen was austesten, wie es ums einen selbst bestellt ist bei der Auswahl. Also die Ute mit schönen Vorschlägen. Aber das war nicht die einzige. Wir haben viele Rückmeldungen. Kriegt ich, wie gesagt, wähle nur exemplarisch aus. Ein bisschen auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, die mitgemacht haben. Ein bisschen anhand der Länge der Statements. Hier schreibt die Judith Oldekopp, die uns auch schon mal im Jahresrückblick ein Feedback gegeben hat. Danke nochmal, Judith, auch für dieses Statement. Ich denke, dass mit HR, mit weiblicher Tatkraft und Kreativität sehr gut bestückt ist, bis es zu HR-Leitungspositionen kommt. Und da trifft man wieder mehr Männer an. Genauso. Gleichzeitig sieht man in Konzernen oft, dass die einzige weibliche Geschäftsleitungsposition, die der CHRO oder CPO ist, also wieder in einer üblichen Rolle, das heißt im HR-Bereich. Und da glaubt sie, die unterstützenden Rollen sind eher weiblicher und weniger die führenden. Das ist eine Fragestellung, wo, wie und wann kann man das verändern in den eigenen Reihen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir selber aktiv werden und diese Fragestellung sozusagen erweitern, in den eigenen Reihen dran arbeiten, gar nicht das große Thema aufmachen, nicht mehr die große politische Bühne sehen, sondern wirklich mikroinvasiv rangehen. Finde ich super. Danke für diese Eingebung auch an die Judith. Dann hat uns Eva Stock geschrieben, Eva hat mir geschrieben, hier sind meine 5 Cents, Frauen sind im HR überrepräsentiert. Stimmt, Eva, habe ich auch vorhin schon gezeigt, das ist tatsächlich so. Wir haben bis zu einer gewissen Karriereschwelle eben mehr Frauen und dann kommen genau diese Themen. Die Torten der Wahrheit haben es schon gesagt. Schwangerschaft, Elternzeit dürfen kein Karrierethnick mehr sein. Und das ist ganz richtig und das ist auch ein Stück weit eine Wiederholung natürlich von Dingen, die wir schon haben, die die Eva hier sagt. Ich überspringe ein kleines bisschen und lese den Rest. HR sollte modernen Organisationen Vorreiter und Gradmesser sein für alles, was in puncto Vereinbarkeit und Lebensgestaltung geht. Also dementsprechend davon profitieren sie alle. Egal, unabhängig vom Geschlecht finde ich auch wichtig. Und das ist sicherlich wieder ein Thema, wo wir einen ganz wichtigen Stellschrauber haben. Und da können wir natürlich mit dem HR-Power viel machen. Das ist etwas, wo wir einfach sagen müssen, wenn die Bedingungen im HR selbst schon mal gegeben sind, man kann die transportieren in andere Bereiche, ist das sicherlich gut. Da kann man Vorreiter sein und zeigen, dass es geht und dass eben Elternschaft oder Schwangerschaft und sowas nicht automatisch Karrierethnick bedeuten dürfen. Ja, oh, ich habe es nochmal markiert. Sehr schön, das wissen wir jetzt. Ja, letzter Beitrag, den ich ausgewählt habe. Susanne Ringen schreibt uns, wo überall, wo wir noch nicht zumindest 50 Prozent repräsentiert sind. Insbesondere Führung, oberes Management, obere Management-Chefetagen. Ja, klar, definitiv. Wie? Durch wirklich auch Wollen, durch klare Auswahlprozesse. Leider auch durch Quoten, wenn es keine Freiwilligkeit gibt. Bessere Möglichkeit, Frauen einen Spagat zwischen Familie, Beruf zu ermöglichen, hatten wir eben. Bei Quoten bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, Quote ist grenzwertig, weil es killt immer das wichtigste Prinzip Leistung. Und gerade im Recruiting wissen wir, wir stellen eigentlich keine Leute ein, die es nicht bringen. Die also keine Chance haben, die Leistung zu bringen. Insofern, ja, das ist ein Punkt. Wie denkt ihr über Quoten? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Braucht es Quoten oder nicht? Ich verstehe den Gedanken dahinter. Ich glaube, im Endeffekt aber, es ist eher die Bedingungen zu stärken wichtiger. Aber das ist eine persönliche Meinung. Insofern, klasse und danke auch für die Antwort. Außerdem, vielen Dank noch. Ich habe es mir extra ausgeschrieben an Fatou, an Nadine, an Annemarie, an Madeline, an Friederike, an Alenka, an Esther, an Christiane, die alle auch noch dazu geschrieben haben. Den Link zu der ganzen Diskussion auf LinkedIn stelle ich euch in die Beschreibung. Das ist super spannend, weil wir können darüber nämlich auf jeden Fall sehen, dass die Diskussion noch lange nicht zu Ende ist. Da sind viele tolle Ideen und ich glaube, das weiter zu besprechen, hat einen Mehrwert für alle. Außerdem, einen älteren Artikel, den zeige ich euch auch noch, den habe ich gefunden, der ist zwar von 2018, aber das ist mal eine interessante Kontrafragestellung. Braucht die Personalarbeit mehr Männer? Wir haben gesehen, 70 Prozent Frauen, 30 Prozent Männer. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn Frauen mal in andere Bereiche gehen und mehr Männer ins HR kommen. Interessante Fragestellung. Ich habe dazu, ehrlich gesagt, keine perfekte Antwort. Aber allein diesen Gedanken, ich finde es immer gut, wenn man kreativ und anders denkt. Insofern ist das hier von einer Marianne Grobner auf LinkedIn ein Artikel gewesen. Auch toll, stelle ich euch auch in die Beschreibung rein, dass ihr einfach mal reingucken könnt. Vielleicht ist das ja auch ein Weg, mal diesen Ball ganz anders zu spielen. Insofern, das unser Einstieg und unser Blick auf das Thema für den Moment. Ich spreche später noch mit einer ganz tollen Gesprächspartnerin, wie angekündigt, die uns das Thema nochmal richtig von der Praxis her und aus der Erfahrung von über 1700 Frauen aufrollen kann. Und darauf freue ich mich sehr. Bleibt also unbedingt bis zum Schluss dran. Es lohnt sich absolut. Okay, willkommen zum bekannten Newsblog. Wir haben wieder gestöbert. Was gibt es in den HR-Blogs und in der Fachpresse? Und ich habe wieder wirklich spannende Links dabei. Steigen wir direkt ein mit einem Thema Stellenanzeigen. Ein Klassiker, ein Evergreen, den ihr beim Kollegen Hennert Nabenreich sicherlich häufiger findet. Dessen Blog beschäftigt sich oft mit Stellenanzeigen und auch mit Karriere-Webseiten. Und hier hat er mal wieder wirklich alles reingelegt. Und der Henner hat einen Artikel geschrieben, der, ja, der Einstieg Text in den Stellenanzeigen, den ist vielen gar nicht so sehr bewusst. Das ist so ein kleiner blinder Fleck. Den hat er mal ausgeleuchtet. Kleiner Text, große Wirkung. Und da kann man sagen, findet ihr eigentlich alles, was man zu diesem Thema wissen muss. Also er stellt klar, warum ist das wichtig? Was machen Arbeitgeber falsch? Zu oft bildhaft, zu wenig Sprache. Oder lieblose Sprache, abschreckende Sprache. Bringt Beispiele. Hier komplette Langeweile, Gähnen, Langeweile. Er bringt Beispiele. Er sagt, wie es besser geht. Er zeigt auch, wie weibliche Bewerber abgeschreckt werden. Und er hat viele, viele Beispiele. Also ich will das gar nicht noch viel weiter ausführen, weil ehrlich, das ist so ein Hammerartikel. Der ist so lang, dass ihr den am besten mal selber lest. Aber steigen wir gleich wieder ein. Und ich habe einen weiteren Artikel eingebracht von dem Kollegen Michael Witt. Wir hatten bei HR Total vor einer Weile schon mal das Thema Recruiting und Vertrieb. Und jetzt ist mir dieser Artikel untergekommen, den der Michael in seinem Blog Lebenswert Recruiting geschrieben hat. Und da führt er nochmal aus, dass Vertrieb eben nicht ganz gleichzusetzen ist mit Recruiting, auch wenn wir im Recruiting Elemente des Mindsets vom Vertrieb brauchen. Aber es gibt andere Tools, es gibt andere Prozesse. Also unbedingt mal lesen. Der Artikel ist auch relativ kompakt. Ich scrolle hier mal einmal so ein bisschen durch. Ihr seht, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und trotzdem gut ausgeführt, hier ist das schon zu Ende. Das heißt, unbedingt mal da reinschauen. Da kann man viel mitnehmen. Kommen wir zum nächsten. Und das ist ein Artikel, ich springe mal nach oben. Das ist vom Recruitainment-Blog, der vom Kollegen Jo Dirks betrieben wird. Und der hat dort geschrieben, ein Klassiker, auch nämlich Schulnoten und die Vorhersagekraft im Ausbildungserfolg. Wir haben bei Schulnoten im Recruiting oft sehr viel kritische Anmerkungen, auch zu Recht. Aber beim Thema Ausbildung ist das Bild so ein bisschen gemischt. Und der Jo führt hier in bekannt solider und faktenbasierter Art und Weise aus, wie das bestellt ist um das Thema Vorhersagekraft von Schulnoten. Hier unter anderem habt ihr mal eine Tabelle mit dem Schwung, den das Ganze bringt. Das heißt, welche prognostische Validität hat das. Man sieht hier Schulnoten mit Punkt 3, 4. Das ist jetzt nicht so prickelnd, aber er gibt eben auch Einsichten, wie das später weiterentwickelt werden kann. Vielleicht im Zusammenhang mit anderen Tests zum Beispiel. Also lesenswert, wer von euch im Azubi-Recruiting dabei ist. Kommen wir auf ein Thema, was wir hier auch schon thematisiert hatten, nämlich Sing und LinkedIn. Das haben wir schon ein paar Mal jetzt angesprochen, dass sich da eine Veränderung wirklich auf den Weg gemacht hat. Und das Thema beschäftigt offensichtlich jetzt auch die weitere Presse. Das hier ist vom Handelsblatt. Der Artikel und die Überschrift steht für sich selbst. Ich kommentiere das gar nicht groß, sondern ich leite direkt mal weit auf einen anderen Artikel, den ich darüber dann gefunden habe. Nämlich, das ist vom Tim Verhöfen, hier haben wir auf dem Blog Recruiting Nerd, die Probleme der Business-Netzwerke Teil 1, das Sing-Drama in vier Akten. Wirklich toller Artikel, der nochmal so ein bisschen beschreibt, wo kommt Sing her, wie hat es sich weiterentwickelt und wo liegt da auch der Hase im Pfeffer, beziehungsweise wo sind die Schwierigkeiten. Wer sich also damit beschäftigt, wer in Business-Netzwerken aktiv ist oder auch da das Unternehmen präsentiert und vielleicht auf Kontakte, auf Sourcing aus und so weiter, ist sicherlich interessiert an diesen Themen. Unbedingt mal reinschauen, ganz spannende Sache. Jetzt haben wir, wie es gute Tradition ist, auch immer ein bisschen internationale Sachen dabei. Ich habe diesmal zwei Artikel aus dem internationalen Bereich. Das hier ist von einem Blogger, der so Innovationsthemen macht und der heißt Jeremiah Ovjang. Da muss ich mal sagen, danke an Robindro Uller und bereits eben schon erwähnten Michael Witt. Die haben mich auf diesen Mann gebracht. Die haben den in ihrer Show HR Tech Talk am Tresen mal erwähnt und ich habe mir das angeguckt und bin dann auf einen anderen Artikel gestoßen, nämlich diesen hier. Und da geht es um Remote Work und ihr seht, der hat hier nochmal eine Studie aufgearbeitet. Wie kann das klappen mit Remote Work? Ganz spannend, wer sich dafür interessiert, unbedingt mal reinschauen. Sehr kompakt und sehr griffig geschrieben. Und wir gehen weiter mit einem kompakten Hinweis und das sind sechs Tipps für das Thema Remote Leadership. Das ist vom Soho Blog. Das ist Soho, das ist eine Software für Payroll und solche Dinge. Die geben hier sehr, sehr praktische Hinweise. Viele von euch beraten ja auch, wenn sie in HR-Funktionen sind, Führungskräfte oder sind selbst vielleicht auch in Führungsrollen im HR selber oder in Projekten dabei. Und hier sind nochmal ein paar Punkte, wie kann eben diese Remote-Führung funktionieren. Interessante Punkte, manche kennt man sicherlich, ein paar waren aber auch nochmal neu gehighlighted. Mir hat gefallen zum Beispiel asynchrone Kommunikation auch mal probieren. Das heißt, nicht alle müssen immer in allen Videokonferenzen, in allen Calls dabei sein. Wichtiger Punkt. Oder hier nochmal Fokus auf Learning und Development legen. Also das sind Sachen, die fand ich sehr, sehr schön und deshalb ist es mir eine Freude gewesen, den mit aufzunehmen. Wie immer sind alle Links zu den Artikeln unten in unserer Beschreibung, sodass ihr da in Ruhe nachlesen könnt. An dieser Stelle stellen wir immer Studien vor oder White Papers auf jeden Fall etwas, was mit Wissen gefüllt ist und euch weiterhelfen kann. Diesmal bleiben wir ganz nah an unserem Thema Female Career und deshalb sieht der Hinweis diesmal auch ein bisschen anders aus. Wir haben einmal eine Studie und dann aber auch einen spannenden Test und das möchte ich euch mal zeigen. Wir haben das hier mal auf dem Bildschirm gelegt und zwar seht ihr hier erstmal die Seite von der Albright Stiftung. Da hatte ich vorhin schon mal zwei Studien vorgestellt. Berichte, die rausbringen, das ist ein regelmäßiges Material. Die kümmern sich ja vor allem um Frauen in Führungspositionen, in Top-Management-Positionen und gucken da, wie ist der Status. Diese Berichte kann man dort runterladen. Das ist sehr, sehr spannend und das kann ich nur empfehlen, wer da einsteigen möchte. Nun sind allerdings nicht alle nur an Top-Führungspositionen interessiert und deshalb gibt es auch noch eine andere Seite, die ich euch ans Herz legen möchte, die auch sich um das Thema Chancengleichheit und eben Karriere für Frauen auch kümmert. Und das nennt sich Initiative Chefsache. Hier, da sieht man die ganzen großen Gesichter, da sind also sehr bekannte Namen dabei, auch dementsprechend sehr prominent unterfüttert diese ganze Geschichte. Aber das ist nicht der Grund, weshalb ich euch das zeige, sondern die haben auf ihrer Seite, abgesehen von einer Reihe von Hilfsmitteln und zum Beispiel Arbeitszeitmodelle, Karrieremodelle, die kümmern sich um sehr praktische Sachen auch, haben die einen Test und den finde ich super spannend. Und das ist dieser Test, den ich euch hier zeige, nämlich Chefsache-Test. Testen Sie Ihre unbewussten Vorurteile, also ein Unconscious-Bias-Test. Das ist interessant. Fallen wir Stereotypen anheim? Sind wir sozusagen, ohne uns dessen bewusst zu sein, dabei, das andere Geschlecht zu diskriminieren oder in anderen Formen unsere Wahrnehmung, unsere Urteile verbiegen zu lassen? Hochspannend. Ihr könnt direkt hier draufklicken. Kostet nichts, ist anonym und funktioniert eben im Web. Unbedingt mal machen. Das ist der Test von der Initiative Chefsache. Insofern, das heute mal unsere Wissensrubrik praktisch einfach ausprobieren. Ihr kennt das Spiel. Die Links sind unten in der Beschreibung. Termine. Es gibt wie immer ein paar Veranstaltungshinweise, wo ihr selber euch einbringen könnt. Wir haben ganz aktuell Sachen dabei für eine Veranstaltung, die wir jetzt schon einmal empfohlen hatten. Und zwar die Recruiting-Trends-Konferenz von Wolfgang Brickwedder, die in der nächsten Woche, ich glaube ab dem 15. läuft das die ganze Woche durchläuft. Und da gibt es speziell am 17.3. den Diversity-Recruiting-Tag. Einen ganzen Tag nur um dieses Thema. Und dort gibt es dann um 13 Uhr einen Talk, in dem ich auch etwas beitragen darf. Ihr seht da mein Foto auch mit dabei. Und diesen illustren Leuten moderiert von der Kollegin Ina Ferber, Personalberaterin, die sich viel um dieses Thema kümmert. Wer also angemeldet ist bei der Konferenz und Lust hat dabei zu sein, unbedingt mal reinschauen. Ich glaube, das ist ein toller Talk und ein spannendes Thema, was wir da mal versuchen, von allen Perspektiven zu beleuchten. Außerdem, falls ihr euch noch anmelden möchtet, die Links sind in der Beschreibung. Ist eine tolle Konferenz, hatten wir auch in den Empfehlungen schon in der Vergangenheit dabei. Noch eine weitere Empfehlung, die ist für den 15. März schon, also direkt jetzt am Montag und zwar auch nur einen halben Tag. Das ist die Jahreskonferenz der Allianz für Fachkräfte Nordost-Niger Sachsen. Klingt erstmal wahnsinnig regional, nicht erschreckend. Das ist aber online. Also steht das in der ganzen Republik allen offen. Und das Schöne ist, es ist eine kostenfreie Veranstaltung. Und die eben dreht sich um das Thema, wie kann man Fachkräfte Gewinnung und Bindung stärken. Es gibt eine Keynote von der Professorin Remdisch von der Leuphana Uni Lüneburg. Und dann gibt es vier Themenpanel, die drehen sich, wie ihr dort sehen könnt, um Unternehmenskultur, Arbeitgeberattraktivität, die Berufsorientierung und das digitale Onboarding. Halber Tag, den man investieren kann. Anmeldung ist kostenfrei. Ich hoffe, dass der eine oder die andere von euch da ein bisschen Zeit findet und mal reinschaut. Das waren unsere Terminhinweise für diese Runde. Ja, wie versprochen haben wir wieder einen Gast für dieses Thema. Natürlich eine Frau, die sich mit dem Thema unheimlich beschäftigt, die aber nicht nur Theoretikerin ist, sondern die wirklich in die Vollen gegangen ist in der Praxis. Ich spreche gleich mit Melanie Schütze von NUSHU, einem Netzwerk für Karriere von Frauen. Und was sie da genau machen und was man tun kann, um eben Gleichberechtigung und Chancen von Frauen im Beruf und in Führungspositionen auch zu stärken, das erzählt uns die Melanie gleich persönlich. Hallo Melanie, schön dich zu sehen. Hi, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gern. Klasse. So, jetzt sind wir hier zusammengeschaltet. Jetzt spreche ich hier mit Melanie Schütze von NUSHU. NUSHU ist ein Netzwerk für Frauen, die sich in ihrer Karriere unterstützen, die sich gegenseitig fördern, lernen. Und das hat die Melanie gegründet. Sie ist also Geschäftsführerin und Gründerin, hat das Thema seit, glaube ich, 2015 vorangetrieben. Seit 2017 oder 2018 dann mit NUSHU, wo mittlerweile über 1700 Frauen organisiert sind und sich gegenseitig stärken. Ja, Melanie war ursprünglich Personalberaterin gewesen und hat irgendwann das Thema fehlende Frauen in Führungspositionen nicht mehr ausgehalten und gesagt, jetzt muss ich selbst aktiv werden, handeln. Habe ich was vergessen, Melanie? Ach, das war jetzt so die Kurzzusammenfassung, aber im Großen und Ganzen ist das völlig korrekt, lieber Christoph. Genau. Was macht ihr noch bei NUSHU? Oh, die Frage ist immer, wo ich anfangen soll. Die Frage ist schon fast, was wir nicht machen. Also, unser Ziel ist es, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen und da setzen wir auf das Empowerment, auf die Ermächtigung jeder Einzelnen. Deshalb vernetzen wir unsere Frauen branchenübergreifend und positionsunabhängig. Denn ich denke, ein internes oder ein branchenspezifisches Netzwerk legt man sich meistens eh über den Job zu. Genauso wie man sich ein internes Netzwerk, ja, logischerweise durch die eigene Tätigkeit im Unternehmen aufbaut. Und wir sind eben ein externes Netzwerk, das jede Menge Inspiration und Impulse sowie natürlich gute Kontakte zu bieten hat. Und wir vernetzen in erster Linie auch Events. Die sind natürlich Corona-bedingt jetzt alle digital, aber laufen bombastisch gut. Wir haben bis zu sechs Veranstaltungen pro Woche, da ist richtig was los. Wow. Da ist richtig was los. Und haben auch eine eigene App entwickelt, NUSHU Connect, die sozusagen als Tool zur Vernetzung dient. Die ist anders konzipiert, als man es beispielsweise von Xing oder LinkedIn kennt. Dadurch, dass wir alle einen Wertekodex unterschreiben, braucht man zum Beispiel keine Kontaktanfragen schicken, sondern kann jede Frau aus der App heraus direkt kontaktieren, was natürlich, ja, auf einen Schlag die größte Erweiterung deines Telefonbuchs ist, die du dir vorstellen kannst. Ja. Genau. Hervorragend. Also wir machen viel, wie du siehst, arbeiten viel mit Corporates zusammen, vielen DAX-Unternehmen. Und ja, unser Ziel ist einfach, ja, eine diversere Arbeitskultur zu schaffen. Ja, da seid ihr auf jeden Fall super aktiv und super erfolgreich auch. Deshalb bin ich froh, dass du uns ein bisschen reinschauen lässt und mal berichtest, was macht denn bei erfolgreichen Unternehmen auch die, ja, Diversity-Stärkung, die Förderung von weiblicher Karriere aus. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht noch einmal für alle, die uns zuschauen. TeamNUSHU.de ist die Domain unten in der Beschreibung verlinkt. Guckt da unbedingt mal hin. Liebe Zuschauerinnen, wer also von euch für seine Karriere, für ihre Karriere noch mehr tun will, unbedingt mal vorbeischauen bei TeamNUSHU.de. So, jetzt lass uns mal ins Thema gehen, vielleicht mit so ein bisschen Big Picture. Ich glaube, Melanie, da hast du einen guten Überblick. Wir wissen ja von seinen jährlichen Berichten, die Allbright-Stiftung haben wir jetzt auch hier in dieser Show schon mal vorgestellt. Frauen sind im Top-Management leider immer noch massiv unterrepräsentiert. Aber nun können sowieso nicht alle ins Top-Management. Wie sieht es denn im Mittelmanagement oder bei den Fachkräftepositionen aus? Wie ist denn da der Status? Ja, also ganz klar, die Ergebnisse, die regelmäßig von der Allbright-Stiftung eben zum Beispiel vorgestellt werden, wenn es um die Top-Positionen geht, die sind sehr eindrücklich. Ich glaube, aktuell arbeiten in den Vorständen von 160 Börsenunternehmen, also wenn wir DAX, MDAX, SDAX und TEXDAX zusammennehmen. Im März waren es, glaube ich, 613 Männer und davon waren 86 Frauen. Das entspricht einem Frauenanteil von ungefähr 12 Prozent. Also das ist natürlich eindrücklich, aber natürlich nur die sichtbare Spitze des Eisbergs. Und weil es beginnt natürlich viel früher, das ist klar, jedem ist wahrscheinlich oder den meisten ist wahrscheinlich die gläserne Decke ein Begriff. Die kennen viele ambitionierte Frauen, die aus einer Fachposition zum Beispiel heraus den nächsten Schritt machen wollen. Und ja, für die, die es nicht wissen oder noch nicht erfahren mussten, was die gläserne Decke ist, das ist eine nicht sichtbare Barriere, mit der Frauen einfach im Karriereverlauf trotz hoher Qualifikation und Leistung häufig dann konfrontiert sind, wenn sie ja in das obere Management aufsteigen wollen. Die männlichen Kollegen ziehen dann in diesen, mit vergleichbaren Qualifikationen, ziehen dann in diesen Bereichen an ihnen vorbei. Und sie selbst trauen eben trotz hohem Einsatz und so hoher Performance nicht voran. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Ursachen für. Das heißt, dass Frauen häufig der Zugang zu informellen Netzwerken fehlt, dass sie in Stereotypen Rollenvorstellungen nach wie vor verankert sind, das heißt sprich familiären Rollenzuschreibungen. Und ja, da gibt es natürlich viel zu tun und das beginnt natürlich auch in dieser Phase, weil da wird natürlich auch der Nachschub für ganz oben geschaffen. Und vielleicht kennen die meisten mittlerweile auch das Thomas-Prinzip, das ist seit 2017 auch von der Albright-Stiftung ein Begriff. Die Vorstände, die alle Thomas heißen, hat 1967 geboren. Unfassbar, genau, aber das Thomas-Prinzip, das bezeichnet auch, also das kennen wir aus der Debatte um die sogenannten Männerclubs oder die Old Boys Networks in Führungsetagen, dahinter steckt eigentlich der Gedanke, dass wenn in Führungsgremien viele ähnliche alte Herren mit ähnlichen Namen und ähnlichen persönlichen Hintergrund stehen, dass sie natürlich auch ähnlichen Männern eher Karrierewege öffnen, wegen den Unconscious Bias. Also ein altes Thema, altes Thema kennen wir aus dem Rekord. Ja, natürlich. Das Ähnlichkeitsprinzip, was dann zu eben Fehlauswahlen fühlt. Jetzt ist so ein bisschen die Beschreibung, die du sagst, ja auch noch relativ ausbaufähig, was den Status angeht. Also auch im Mittelmanagement, wenn ich das richtig interpretiere, darf es noch durchaus mehr an weiblichen Führungskräften geben. Oder ist da schon der erste Schritt, hat sich da schon was verbessert? Also sagen wir mal so, es gibt noch viel, viel Luft nach oben. Die meisten Unternehmen kämpfen sehr damit, Frauen in Führung zu befördern. Natürlich vor allem in erster Linie in männerdominierten Branchen. Allerdings sind es natürlich per Logik die meisten Branchen noch männerdominiert, weil es gar nicht, also außer jetzt, keine Ahnung, wir sprechen jetzt vielleicht von Erzieherinnen und Erziehern. Da ist es vielleicht noch etwas ausgeglichen. Ja gut, da dreht sich dann oben, da versucht man die Männer zu fördern. Genau, absolut, genau. Aber du, absolut, es ist viel Luft nach oben. Ja, nee gut, aber dann lasst uns mal wegkommen. Die Statusbeschreibung kennen wir jetzt ausreichend. Und ihr habt dadurch, dass ihr mit NUSHU so vielen Unternehmen eben auch euer Netzwerk anbietet, in Kooperation steht, viele praktische Erfahrungen. Deshalb, wo funktioniert es denn gut und was machen diese Unternehmen anders? Wo kann man lernen? Hast du vielleicht mal ein, zwei Case-Beispiele ganz konkret? Das würde uns, glaube ich, alle interessieren und vielleicht auch... Ja, das macht das meistens ein bisschen greifbarer, ne? Also bemerkenswert finde ich von jeher Accenture, eins unserer Partnerunternehmen und auch diesjähriger Winner des FKI-Indexes. Da ist, das ist wirklich ein externes Prüfverfahren für mehr Diversity sozusagen. Und Accenture hat früh verstanden, dass Diversity wirklich auch ein Business Case ist und die Studienlage so ist, dass es einfach aus unternehmerischer Sicht heraus Sinn macht, in einer diversen Belegschaft zu arbeiten und hat den Bedarf erkannt und dann losgelegt, an allen Ecken und Enden. Das bedeutet, dass beispielsweise im Recruiting ganz zielgruppengerecht angesprochen wird. Gleichzeitig wurden auch intern sehr, sehr viele Programme aufgesetzt, um den Kulturwandel nicht nur zu ermöglichen, sondern wirklich zu treiben. Beispielsweise verpflichtende Unconscious-Bias-Trainings für Leader, aber auch für Neueinsteiger. Und ja, dieser Vibe, der ist in diesem Unternehmen zu spüren. Alle treiben dieses Thema. Es ist ein gemeinsames Ziel. Und es gibt auch jede Menge interne Initiativen, die gelauncht wurden. Das sind Gender-Networks. Es sind aber auch, es gibt in unterschiedlichen Unternehmen auch Väter-Netzwerke beispielsweise. Und diese Netzwerke sind häufig sehr, sehr wertvoll, weil sie einfach diesen Kulturwandel als MultiplikatorInnen sozusagen in der Belegschaft vorantreiben. Aber all diese Maßnahmen genießen nicht nur die absolute Rückendeckung vom Top-Management, sondern sind auch wirklich in KPIs, in Kennzahlen gemeißelt und werden stets geprüft. So, und ja, mega. Und was ich total mutig finde und auch total zukunftsweisend ist, dass sie diese Zahlen auch wirklich extern kommunizieren. Und ja, nach innen und nach außen. Vielleicht ist das genau so ein Punkt, wo man sich natürlich auch mit verpflichtet, indem man etwas nach außen transparent macht, verpflichtet sich natürlich auch, wer will denn schlechter werden sein, zahlen. Also das ist vielleicht ein wirklich guter Punkt. Das ist sehr mutig. Zum einen, absolut, Business-Case draus machen, finde ich wichtig. Also nicht Diversity oder Förderung von Frauen aus irgendeinem guten Menschen Inspiration herauszutun, sondern weil es ein Business-Case ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, nochmal zu sagen. Es macht die Unternehmen stärker, es macht die Organisation besser. Und das ist ja ein extrem wertvolles Wissen, wenn man das erstmal verinnerlicht. Dann den Business-Case mit Zahlen unterlegen, messbar machen und auch noch transparent machen. Auch mit Budgets. Super. Christoph, auch mit Budgets. Ganz wichtig. Das kostet Geld. Ja, genau. Aber das ist doch klasse, wenn man das eben so hart greifbar macht, damit es eben nicht so ein Weichthema bleibt, wo man sagt, hast du oder hast du nicht, kommst du heute, kommst du morgen. Also finde ich sehr, sehr gut. Nachdem, wo wir jetzt ein bisschen auf die Organisation geschaut haben, kannst du uns vielleicht sagen, und das kannst du ganz bestimmt durch deine vielen Kontakte in deinem Netzwerk, was können denn die Frauen selber tun? An welchen Glaubenssätzen oder an welchen Skills müssen die vielleicht auch noch mehr arbeiten? Also wir Frauen wurden ja sehr lange beruflich in einer zweiten Reihe gehalten. Da ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass es viele Glaubenssätze gibt, die uns zurückhalten. Und daran müssen wir definitiv arbeiten. Da bin ich ganz bei dir. Allerdings würde ich da nochmal ganz kurz sagen, ich würde es persönlich straffig ablehnen, sich dem strukturell anzupassen, was derzeit in tradierten Unternehmen als karrierefördernd beurteilt wird. Laut zu sein, immer erreichbar sein. Also diese ganzen typisch männlichen Eigenschaften, das sind Eigenschaften, die in unserer neuen, modernen Arbeitswelt und wie die meisten von uns ja heutzutage arbeiten wollen, fluid, Work und Life gehen ineinander, nicht mehr zeitgemäß erscheinen. Und es ist ja auch häufig so, dass Frauen, die es geschafft haben, nach ganz oben, mit dem Vorwurf konfrontiert sind, sie seien vermännlich. Was natürlich eine Frechheit ist, aber sie haben sich schlicht dem angepasst, was den Weg nach oben ermöglicht. Und wenn wir das jetzt einmal, das ist sozusagen die Prämisse davor oder die Präambel. Und wenn wir da einfach mal reinschauen, ist es, glaube ich, aus meiner Sicht das Wichtigste, dass wir, wenn wir über Female Empowerment sprechen, über die Zunahme von Selbstbewusstsein sprechen. Glaubenssätze, die uns Frauen behindern, die müssen wir abschaffen. Das dauert allerdings. Und was mir wichtig ist, ist, dass Empowerment eigentlich nichts anderes als Ermächtigung bedeutet. Und ich glaube, Selbstermächtigung, das ist der Schlüssel für uns Frauen. Eine Can-Do-Mentalität, die uns sozusagen auch, ja, die wir uns, dass wir uns erlauben, groß zu denken. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Super. Ich glaube, was noch mal ganz klasse wäre, wenn wir noch mal ein bisschen erfahren, was machen die Frauen in eurem Netzwerk, was machen die konkret, um sich dabei auf diesem Weg zu unterstützen, das Empowerment auch gegenseitig zu stärken und dieses Selbstbewusstsein zu fördern? Was tun die da zum Beispiel? Ja, es gibt ganz viele wunderbare Erfolgserlebnisse, die wir persönlich, also auch in den sozialen Medien natürlich live mitbekommen und wunderbar gespiegelt bekommen. Wir haben sogar einen eigenen Begriff dafür. Was passiert, wenn Frauen sich über NUSHU supporten? Und zwar den NUSHU-Effekt. Und den hat ein Member, die Roja, einmal für uns definiert. Und der lautet, wenn Frauen durch NUSHU Unglaubliches passiert, ein neuer Job, eine neue Idee, ganz viel Inspiration, eine 180-Grad-Wendung oder die Erkenntnis, welchen Wert du in deinem Umfeld tatsächlich schaffen kannst. Und so finden NUSHUs über NUSHU Jobs, neue Jobs, Gründerinnen zu InvestorInnen und Partnern. Und ja, hoffentlich alle zu guten und inspirierenden persönlichen Kontakten. Und ja, to put it in a nutshell, es läuft sehr gut. Da ist ganz, ganz viel Empowerment und ja, Unterstützung da. Und wir kriegen die Wirksamkeit eins zu eins gespiegelt. Super, das klingt absolut klasse und ermutigend. Vielen Dank, Melanie, dass du uns ein paar Einblicke gegeben hast, was ihr tut. Ich kann nur noch mal sagen, wer euch ZuschauerInnen Lust hat, mal reinzuschauen, TeamNUSHU.de, die Domain, schaut mal rein. Tolles Netzwerk, tolle Arbeit. Und ich glaube, das ist genau der Weg, den man gehen sollte, zu gucken, Empowerment zu pflegen. Frauen, die sich gegenseitig stärker machen, aber auch Männer, die Frauen stärker machen und Frauen, die Männer dann stärker machen. Das heißt, dass wir gemeinsam besser werden. Und deshalb fand ich auch deine Bemerkung, mit dem nicht das alte, tradierte, neu auflegen und da sozusagen noch eine Schippe drauf tun, sondern es auch anders machen, besser machen. Und so werden wir alle gemeinsam besser. Das ist so ein bisschen das, was ich rausziehe. Ich hoffe, ich habe das jetzt passend zusammengefasst. Wunderbar, das waren ganz tolle Abschlussworte. Vielen Dank, Christoph, für die Möglichkeiten. Danke, prima. Ich habe zu danken und freue mich, dass du die Zeit genommen hast. Wir haben irre viel erfahren. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann wieder sprechen und du uns mal ein Update gibst, wie es mit dem Thema ausschaut, vielleicht in einem Jahr oder so, dass wir uns mal wieder virtuell begegnen oder gern auch mal im Real Life. Also, Melanie, danke. Grüße nach Hamburg, alles Gute. Tschüss. Ja, das war es schon wieder mit HR Total. Schön, dass ihr dran geblieben seid bis zum Schluss. Wir haben das Thema versucht zu beleuchten. Ihr habt sicherlich gesehen, es gibt noch viel zu tun im Bereich Diversity, Gleichberechtigung und viel mehr Career. Aber die Melanie hat uns in ihrem Interview ein paar schöne Hinweise gegeben, in welche Richtung kann das laufen, wenn es richtig läuft. Ich freue mich, wenn wir wieder Mehrwert für euch schaffen konnten. Alle Links sind unten in der Beschreibung und ihr tut uns einen Gefallen. Unterstützt unsere Arbeit, indem ihr uns ein Like gibt, indem ihr das Video teilt mit anderen Leuten, die es vielleicht wissen sollten, was wir hier machen, worüber wir sprechen. Und indem ihr den Kanal abonniert. Mein Name ist Christoph Athanas. Das war HR Total, powered by Stellenanzeigen.de.